Chalasana, die Stellung des Daches. Ausgangsposition ist eine Sitzhaltung. Dann gib die Fußsohlen auf den Boden bei gebeugten Knien. Gib die Arme um deine Knie herum. Gib das Gesicht auf die Knie und atme ruhig und gleichmäßig. Diese Stellung heißt Chalasana, die Stellung des Daches. Es ist eine schöne Stellung, um zwischendurch nach innen zu gehen, um innere Ruhe zu finden, ist letztlich auch wie Garbasana im Sitzen.